Hallo und Willkommen zu Let's Play Resident Evil 4 in einem neuen Kapitel und ja, ich habe mir jetzt heute einfach mal gedenkt, gedenken tut, oh, was ist? Ah, von Ada vermutlich, ähm, heute einfach mal ein bisschen länger jetzt die Aufnahme zu ziehen, weil wir kommen sonst ewig nicht vorwärts, ich habe das Gefühl sonst ewig nicht vorwärts zu kommen. Papierflieger, vielleicht hast du schon gemerkt, aber du kannst durch den Müllschacht fliehen. Wow, und jetzt mit Ashley im Schlepptaus natürlich. Kommt das immer her hier? Den kassieren wir. Oh, das ist ja auch mies, da kommst du raus und, Alter, wir spielen gerade mal eine Minute und kriegen eiskalt was auf die Fresse, weißt du? Das ist ja, heute spielen wir länger und kommen wir sonst nicht zur Potte hier. Ja, kennen wir. Ich frage mich, wieso Ada uns immer ein Schritt voraus ist, wenn ich hier trotzdem noch so viele Oshis sind, weißt du? Natürlich. Was hier jetzt wieder an Munition drauf ging, ist doch scheiße. So, wir gucken einfach mal auf die Karte, was jetzt eigentlich unser Ziel ist. Unser Ziel ist tatsächlich der Müllschacht. Woa... Woa... Hallo? Hallo? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, 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 ja. Ich will mal kurz unser... Machen wir mal einfach. Ach. Ah, wieso kann er dann zwei gleichzei... ...oder zwei so kurz hintereinander? Kleines Arschloch, bleib liegen. So, dann wechseln wir jetzt einfach mal zur TMP. Weil uns für die Schrote jetzt doch die Muni ausgeht. Na los, pretty girl. Will entkommen, aber auf der anderen Seite... Ja, ein bisschen. Vielleicht. Ich habe die Befürchtung, dass uns der gleich noch mal tierisch einen Besuch abstattet. Na los, hier Prinzesschen Jetzt klingelt Sandy schon wieder Aber diesmal, ich ignoriere es jetzt Sind das, das sind zwei Sehr ekelhaft Was ist das Ding? Was ist das Ding? Gut Einer weniger, hier wartet aber noch irgendwo ein zweiter auf uns Und wir können hier Ashley sagen Gut, dann ist die uns jetzt nicht mehr so im Weg Aber natürlich Hab ich nicht dran gedacht Hide Den haben wir gerade versiedlichen Arm abgeschossen Wir haben ein bisschen Zeit Gut Zum Glück war der Explosionsradius weit genug Die hier sind so nervig, Leute Ich würde nehmen, wenn man das reicht Ich hoffe, da kommt keiner mehr Ist ja so dunkel hier Trotz Tageslicht Scheiße, haben wir noch Granaten? Aha, eine Das ist aber besser als nischt jetzt, weißt du? Gut, und jetzt irgendwas mit Wumms Hier haben wir noch fünf Schuss Festigt da ans Bein Idiot So ein Hoshi Ich hab keinen Bock auf diese Müllverbrennungsanlage hier Echt, das ist gerade so zum Wir werden mal auf die Karte gucken Ja, ja, Schreibmaschine Nebenräumen Warum? Habe ich das Gefühl, dass hier wieder so ein L-Gigant kommt Ah, fuck Boah, gehst du mir Haben wir gerade versehentlich die Ashley erschossen? Warum geht die blöde Kuh auch nicht in Deckung, wenn wir zielen Ach, halt's Maul So, ja Hier sind wir erst Wann sollen wir mit zehn Sturmgewehr Munition anfangen? Äh, mit zehn Schrotpatronen, das ist ja Nichts Eine Schaltkaffe für die Apos-Biene Ja, wo denn, liebe Ashley Gut so Ah Ah Ja, Pistole Muni ist hier so sinnvoll, weißt du Boah, hier kommt immer wieder neue, was? Die spawnen Ja, was heißt die spawnen, aber Wer betätigt sie? Leon Was? 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 Scheißegal, was hier jetzt noch liegt, wir gehen Oh, fuck Alter Alter Sieht aus wie Hundefutter oder so. Naja, oder furchtbar altes Essen. Warte, wenn das... Das sind Hundekäfige. Das. Nee, 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 nee. Wir haben ja schon mal Bekanntschaft mit Hunden gemacht. Da habe ich gar keinen Bock drauf. So, das war zum Glück nur der einfache. Ohne... ...dem Gedöns im Rücken, sag ich mal. Laden wir mal nach. Auch wenn es nur fünf Schuss sind, aber... ...spart eine Zeit, wenn sie halt geladen sind, ne? Oh, was ist das? Ein roter Knopf prüfen. Der Notstrom wurde aktiviert. Der Rollland klemmt. Oh, das ist ja das geringste Übel, ja? Also ich gehe mal davon aus, dass er zu uns kommt. Oh, ich muss gerade so auf Klo. Boah, komm schon. Ah, nett. Und Leon nicht, oder was? Lass es mir, Leon. Und Leon hätte da nicht durchgepasst, oder wie? So, wir können hier noch einmal kombinieren. So, Schimmeln eingespart. Beziehungsweise zwei so eine Plätze. Willkommen. Willkommen. Ja, schön. Ich habe eine Selektion, eine gute Idee, was du verkaufst. Wir haben vermutlich nichts, ne? Nö. Oh, das bringt 10.000, wenn du es verkaufst, Alter. Dofte Mischung. Was hast du bekommen? Was hast du bekommen? Das ist etwas, was ich schon eher lohnt.